Wir sind jetzt wieder am Flughafen und die sagen, ich bin ein Faker und der Curry ist auch da, wer ist so gut, aber, Herr Curry, isst du gelandet? Ich komm runter, okay. Wir haben nämlich jemanden getroffen, den Herrn Bobo und er hat gemeint, oder er hat uns gefragt, ob wir den nicht mit dem Herren ausrauben wollen. Oh, immer was richtig geiles machen, weil wir nämlich für ein Fehlinvestment von 700.000 haben, da der Curry den Helikopter, der sehr, sehr teuer war, gegen die Wand geflogen hat, beziehungsweise kaputt gemacht hat. Ja genau, aus diesem Grund, du Wichser. Okay, ja lande da mal durchrissen. So, wo ist denn der Bobo da? Wo bist du denn überhaupt? Beim DJ, ich bin hier. Ja hier, hier ist immer gut, ey. Ich bin hier Curry. So. Da, da in Sicherheit. Hallo. Da Curry. Wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn der Helmer Fugio? Ich bin beim Bankautomat bin ich hier. Keine Ahnung, aber, äh, wir können ja mal in unsere Gruppe kommen, wenn sie wollen. Ja, warten Sie mal kurz, wir müssen erstmal den Helmer am Fugio hier treffen. Da kommt so ein Rucksack raus, weißt du. Kommen Sie mal mit, Herr Sergeant DJ Bobo. Wie ist er? Der Helmer Fugio. Ja, 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 ja. Jetzt können Sie dem ja mal sagen, was wir denn vorhaben. So, ich bin aus der ersten, äh, First Order. Hä, du doch nicht, Alter. Mein Name ist Kylo Flan und ich war nie mal. Ich war nie mal. Ja, komm jetzt mal kurz in den Heli. Hä? Hä? Haben Sie schon mal, haben Sie schon einen Stimmbruch oder wie ich sage? So. Wo sollen wir rein? Wieso sollen wir denn in den Heli jetzt? Ich bin, ich bin verwirrt. Bobo. Was ist denn mit unserem Helikopter? Turn den Table, Alter. Was ist denn mit unserem Helikopter? Wir besprechen das dann, da muss nicht jeder mitbekommen. Okay. Gib mir noch ein paar Minuten, du kannst gerne mieten. Das ist unser Helikopter-Helikopter-Helikopter? Ja, sicherlich. Nee, nee, das ist nicht unser. Okay, dann fliege ich einfach mal. Nein, Mann, hör auf. Weil er da und da, der Helikopter startet. Okay, Bobo. Was liegt dir auf der Brust? Bist du auf dem Co-Pilotenplatz, Corrie? Nee. Habt ihr Lust, ein bisschen zusammen auszurauben? Wir sind grad drei, vier Leute. Boah. Ich hab die ganze Zeit doppelt. Okay. Ihr könnt ja mal in die Gruppe kommen, die heißt Tempestour. Boah, Tempestour? Tempestour, ja. Boah, da guck ich schon mal, ey. Wie kommt man da rein in den Laden? Wir haben schon ein paar Ziele. Ein Freund von uns farmt. Und das sind gerade ein paar. Die nehmen wir dann hoch. Was ist denn der Kürzel? Wir müssen dann hoch zum Waffenstieber ein paar Dietrich holen. Was ist denn der Kürzel? Tempestour einfach. Wie kann ich denn da beitreten? Ja, bei mir gibt's nur Soa, Ak... Hä? Hä? Du musst auf Z und dann gehst du da unten auf die Gruppierungen da. Gangmenü. Ach, Gangmenü. Ja. Ich glaube, ich bin drin, oder? Tempestour. Warum heißt die Gang so? Ja, Minutark. Hallo. Hallo. Bin ich drin? Jawohl. Bin ich drin? Bobo? Ich hab mich damit gehört. Jo, seid drin. Oh! Was passiert jetzt hier? Wir stehen hier und nix. Ja, wir können ja jetzt auch wieder in unseren eigenen Heli gehen. Dann können wir uns ja trotzdem unterhalten, ne? Ja! Hör mal an da, komm mal mal auf hier. Kannst du aufmachen, dann unterhalten wir uns einfach. Dann sagst du, was du vorher hast und dann folgen wir dir. Äh, zum ersten Mal zum Waffenschieber. Zum Waffenschieber. Ab zum Waffenschieber. Wir haben doch alle Waffen. Was habt ihr denn genau geplant heute? Wir haben doch alle Waffen. Aber wir haben ja Waffen schon, ne? Was braucht ihr denn? Warte, warte. Wir brauchen Dietrich Herr und Kabelbinder. Oh, da hört sich gut an. Hör mal der Zieg aber richtig großes auf. Hör mal Bowo DJ. Können wir doch mal den falschen Helikopter auf. DJ, Fox, Bowo. Hä das ist der Falsche, Horst? Okay, ab zu machen, Videoverfolge. Let's get ready to rumble. Guck mal, der steht da einfach und guckt uns zu, weiß. Medium Home, ey. Okay, los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieser Luftairline von Heidelburg. Luftairline. Heute bringen wir sie mit unserem Luftfahrzeug, einem Hubschrauber des Typen ABC. Hummingbird. Nach DEE. Bleiben Sie dran. So. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. So. Guck mal, jetzt zeig doch mal geile Flugmoves hier. Ja, guck mal hier. Boah. 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 Ne, ich mach's lieber nicht, dass wir uns da hier einkaufen müssen. Wir haben dann vor, bei der Öl-Raffinerie, zwei Famaxus zu rauben. Was? Hör mal, was hast du gesagt, Ralf? Was für ein Chamak? Zwei Chamak-Fuel auszurauben bei der Öl-Raffinerie. Hör mal, da sind wir dabei. Ich folge dir bis in die Dunkelheit. Der Mond ist allgegenwärtig. Und die Akanakis. Mit Ölen. Damit demás. Du könnt ja in der Luft bleiben assume wir brauchen ja nicht einen Waffensschieber. Oder? Okay, ich weiß nicht. Fragt doch mal nach. Wir bleiben in der Luft und warten, bis ihr euer Equipment gebiht habt, damit wir predikten können und auf On-Spot-On-Point sind. Okay, Jungs, wir überwachen euch von hier oben, ey. Wir haben einen Helm mit Fuel noch, der gerade farmt, der sagt uns schon Bescheid. Dann soff ich lieber zurück in Savetone, wegen dem ATM. I know it. Das stimmt. Finde ich mal cool, dass die Leute mit uns zocken, auf jeden Fall. Also gab es schon lustige Aufnahmesessionen, deswegen. Richtige Sessionen. Ja, heute machen wir mal ernst hier, ne? Ja, heute geht's mal ran in die Buletten da. Leute, aber wenn ihr hier was versprecht, dann möchte ich jetzt auch was sehen hier, ne? Also hier, Kabelbinder-Eck schon alles, ne? Jetzt muss es richtig losgehen hier. Da muss die Kacke am Dampfen sein. So, ich mach mal ein Foto hier, ne? Guck mal, hier fürs Foto-Album. Mach mal ein Foto. Ja, guck mal an da. Man kann immer Fotos haben, weil Fotos wichtig ist. Er hat mich ernsthaft in einem scheiß Helikopter eingesperrt. Mach mal auf. Wenn du nicht aufsteigst, da, ne? Dann kann ich auch nichts daran ändern, ne? Wir sind gerade noch überlegen, ob ich einen E-Foot auspacke, warte mal kurz. Mach doch mal den Hubschrauber auf. Er macht doch Scherz jetzt da, oder? Er ist doch offen jetzt. Ja, warte, lass uns mal auch ein Zusammenbild machen. Mach doch den Hubschrauber wieder auf. Ne. Junge. Du darfst nicht fliegen, Mann. Mach den Hubschrauber auf. Ich darf auch mal eine Runde fliegen. Der lässt mich da nicht rein. Gut, gut. Wenn du die Verantwortung übernimmst hier. Okay. Steig doch rein in den Scheiß Helikopter. Warte, fliegen jetzt. Komm, steig ein, da, Curry. Nee, steig da nicht ein. Nee, nee, ich bleib jetzt draußen. Wir fliegen jetzt, Curry. Ready for take-off. Wuhu. Wenn du den jetzt wieder schrottest, ne? Hä? Was ist dann? Watt denn? Ja, wie gesagt, ist alles deine Schuld dann. Wenn wir hier festhängen und keine coole Folge liefern können. Wie landet man denn damit? Mit Y-Z-Lon. Okay. Also, Shift nach oben. Fliegt 30 Zentimeter hoch, Alter. Alter, ich seh schon. Komm rein, Curry. Leute, passt auf, mal früh. Du fliegst gerade in den Hedi. Das ist ein bisschen gefährlich. Also, es kann sein, dass da irgendwas explodiert. Ich steig ein, da jetzt. Nein, ich steig da nicht ein. Okay, Mann. Bitte nicht. Jollo. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hab die Kontrolle verloren. Komm, auch hier mitsteuern. Hä? Ach, das geht. Jo, tschüss, geil. Mach mal Autohover aus. Wie geht das? Ja, du fliegst mit Autohover, deswegen fliegst. Wann ist Autohover? Mach mal Maustrad und dann Autohover off. Du meinst Schwebe-Ding. Ja, ja. Ja, Mann. Hey, hättest du's am Arsch, Alter. Okay, jetzt geht's. Wuhu. Ab nach Malle. Und das kann man nur einfach tagen. Leute, ich glaub, der Heli kommt nie wieder zurück. Ich komm zurück, Curry. Wuhu. Kein Ding ist ja nicht unser. Ich komm zurück, Curry. Das Ding ist, wir haben grad schon einen verloren. Und jetzt meint er hier, stand zu machen. Bist du bei uns, Leute? Lass ihn, jeder fängt nochmal klein an. Ich komm, Curry. Ja, das Problem ist, bei Mafuyu bleibt immer alles klein. So, ich steig mal bei euch ein, dann. Ich lande, Kralwern. Curry, vertrau mir doch. Ich steig mal bei euch ein, dann bin ich damit. Junge, vertrau mir doch. Warte mal, hat jemand noch ein Visier für mich? Ey. Steig ein. Steig, ja, ich habe das für dich. Ich steig echt nicht mit mir mit, Curry. Okay, sehr gut. Wenn ich nicht schaffe, zu langen, dann muss ich einschreiben. Okay, warte, wir müssen doch eben warten, bis der Mafuyu hier unten landet. Wenn er das schafft, dann steig ich bei ihm wieder an. Mit Autohover, ne? Ja, ja. Ich sehe nix. Wo ist der Boden? Habt ihr einen E-Monkey-Test, wenn ihr das kennt? Nee. Wir sind per Funkgerät online. Ah, was ist das denn? Achso, das ist das Schatten. Ja, komm mal runter da. Okay, was hast du jetzt? Damit hast du nicht gerechnet, oder? Alter, du rutschst. Ich bin schadig. Du rutschst, du musst runterdrücken. Gedrückt halten. Jetzt aussteigen und ausmachen. Nein, nein, du bist. Komm rein jetzt. Du fliegst dann jetzt einfach in zwei Euro, okay? Ja, klar machen wir das. Alles klar, Bobo Foxy. Okay, wir müssen noch rein. Die Steuerung. Das ist doch gleich, jetzt spann doch mal. Ich kann auch fliegen. Alter, ich guck mal, ob das... Okay, wir haben... Wir haben... Wir haben Pfeilschirme drin. Was machst du denn da? Alter! Wie kann man sich denn drehen in der Luft? Geht doch, Alter. Wem sollen denn hinterher fliegen, Mann? Wo ist der denn? Rechts! Alter, Alter. Ist das etwas langsamer, wenn Dennis fliegt? Oder geht dann so? Wie kann man sich denn so in der Luft drehen? Alter, ich bin gleich tot, Bobo Fox. Wie kann man sich denn so in der Luft drehen? Wir landen hier mal bei der Military Base. Guck mal, wie ich hier fliege. Okay, warum landen wir da? Unten, ja. Äh, um es zu positionieren. Okay. Ach, hier geht gleich die Action los. Okay, alles klar. Okay, mach vor, dann lande mal da. Lande mal vor! Kann man die nach unten gucken? Die denken, die denken sich auch so, wie behindert sind die eigentlich? Wo ist denn, ich sehe nichts. Curry, sag mal, ob ich richtig lande. Ja, ja, wo landen wir es richtig? Lande ohne Autohover. Pass auf. Ey, landen wir es nicht ohne, doch, landen wir es wirklich ohne Autohover. Hey, wo fliegst du denn hin, Mann? Ja, warte doch, ich muss hier Gelegenheiten nutzen. Ja, du sollst nicht außerhalb des Geländes parken, du sollst... Ach, der Scheiße. Hier ist, hier ist, kann man jetzt, guck mal, wie könnte ich mich jetzt abrupt drehen? Ich kann nur so. Wo schwebst du denn hin, Alter? Kuh. Ja, sag das doch einfach. Das habe ich doch gesucht. So, der erste Zammag fährt hier weg. Ja, wir sind immer noch nicht gelandet. Guck mal her. Wenn der einfach mal gelandet sei, geht dann schon mal aus. Der heißt ja wirklich Karl Werner, Alter. Der heißt ja wirklich Karl Werner. Übst du nochmal das, ne? Da unten steht ein anderer Helikopter, ne? Egal. Alter. Geht's ruhig, Mann. Was macht das? Ah! Wo wir... Jetzt lande doch mal! Der ist immer... Da kommt Tor, da kommt Tor! Äh, beide, äh... Zammag machen sich hier zum Atter. Die ist innen schon voll in der Echt. Wo wir landen? Was machst du denn? Also im zweiten Mal ist der Rückmeldung so auf in der Wien mitzut. Guck mal, der macht schon die Angaben, Alter. Jetzt ist es soweit. Ja, ohne Outdobe! Boah, krass, ey. Richtig krass. Oh mein Gott, ey. Ist er jetzt mal gelandet? Ja, der Currybräum muss sein. Wir sind gelandet, Bobo Foxy. Ah, ich bräuchte noch ein Visier, ey. So, Dipp. Ja, komm runter. Ein Tempestfeel fährt vom Ölfeld zur Raffinerie, genauso wie ein Zammag. Ja, ich hab keine Ahnung, was sie da machen. Die steht ein weiterer Tempestfeel und zwei weitere Zammag. Äh, es macht einer von uns ne Ansage, weil wir im CS sind. Da kann man das besser absprechen. Okay. Also, ich komm mal zu dir runter, ne? Was war das denn, Alter? Kommst du mit? Ich? Kommst du mit, Mafuyu? Ich komm mit, Herr Currywurst. Okay. So, Leute, und wie das ausgeht, seht ihr in der nächsten Episode von Naldys Live, I think. Äh, ich sag, wenn wir Ansagen gemacht haben, wenn die Waffen ziehen, direkt abknallen. Alter, wir sollen die... Okay. Ja, wenn die Waffen ziehen, direkt abknallen. Das wird cool, Mann, wir müssen abdrücken, wir müssen jetzt, Leute, erschießen. Fluch vergießen, ja, in der nächsten Folge. Oh mein Gott, und das seht ihr dann übermorgen hier auf dem Kanal. Schalelein und beim Gagsi. Macht's gut. Ciao. Hahaha. Oh mein Gott, und das seht ihr dann übermorgen hier auf dem Kanal. Oh mein Gott, und das seht ihr dann übermorgen hier auf dem Kanal. Oh mein Gott, und das seht ihr dann übermorgen hier auf dem Kanal. Oh mein Gott, und das seht ihr dann übermorgen hier auf dem Kanal.